Seid gegrüßt. Hi, ich bin Son Lio von Demotion und habe diesen Ort ausgewählt, an dem ich gerade bin, diesen wunderschönen Ort, um eine traurige, aber gleichzeitig fröhliche Botschaft mitzuteilen. Demotion ist beendet. Wir haben uns entschieden, das Projekt Demotion zu beenden und es ist hiermit vorbei. Es tut weh. Es tut weh. Und gleichzeitig fühlt es sich gut an. Fühlt es sich richtig an. Ich will dieses Video gar nicht nutzen, um zu erklären, wie wir zu dem Schluss, zu dieser Entscheidung gekommen sind. Ich will dieses Video gerade hier nutzen, um mich zu bedanken. Um mich zu bedanken an alle Menschen, die je auf ein Demotion-Konzert gekommen sind. Für all die Liebe und all die Anteilnahme, die ihr genommen habt an uns. An unserer Musik, an unserem Sound, an unseren Texten. Es kam alles von Herzen. Ihr habt gesehen, wer wir wirklich sind. Und es wird für immer ein Stück meines Herzens bleiben. Aber jetzt ist der Moment gekommen, an dem es vorbei ist. Es ist krass. Ich bin aufgeregt. Ich bin nervös, weil es ein großer Moment ist. Es ist ein Moment, an dem was Großes zu Ende geht. Die Emotion war vier Jahre lang der Großteil meines Lebens. Und jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Es ist beendet. Und wir gehen weiter. Wir gehen in neue Projekte. Wir gehen unseren Weg weiter. Wie genau wird an anderer Stelle erklärt werden, werdet ihr woanders erfahren. Aber in diesem Video will ich meinen ganzen Dank ausdrücken. Meine ganze Liebe. An euch. An dich. Auf Wiedersehen. Das heißt, Abschied nehmen. Ciao, Demotion. Ciao, Demotion-Zuhörer. Ciao an alle, die die Emotion geliebt haben. Ich gehörte dazu. Ich habe Demotion geliebt ohne Ende. Aber jedes Projekt, das begonnen wird, muss irgendwann enden. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Danke für die Erfahrung, die ihr mir geschenkt habt. Auf in die Zukunft. Auf in die Zukunft. Auf in die Zukunft.